unser stadtstreckennetz ist fast fertig endlich haben wir auch in pekunia haltestellen das war der letzte stadtteil der in unserem streckennetz gefehlt hat jetzt ist es an der zeit zu beweisen dass wir die stadt im griff haben juli wollte herzlich willkommen zurück zum bus simulator 21 und ja was haben wir daraus zu tun richtig das werfigste überhaupt nämlich wie kunja so gucken gerade auf die das ist das problem an der sache alles immer noch oben die erste mal 4 aber alles andere aber nur auf 2 das ist das problem an der ich muss natürlich jetzt ja das ist das problem ist doch ist immer noch die ist ja eine 40 ja das ist glaube ich die genau wir müssen noch rücken aufbauen da sind wir noch dran das war es war eigentlich so ein der letzten die zeit voll gern angeschnitten haben müssen wir jetzt natürlich ein bisschen weitermachen bis heute oder fährst du lieber selbst theoretisch aber wie gesagt das könnte funktionieren so kommen wir mal kurz verkraft und danach war nämlich so ja hier ist meine fachkarte entschuldige ich wusste es mir von einem fuchs und noch einer ich würde eigentlich stehen haben wir ja ich werde mal selber aber weg da ich liebe dieses neue fischrestaurant in china auch wir sind ja fast fertig sehr pünktlich danke danke wenn der pc fast alles gefahren hat ja bitte fahrer fahren diese route mit 100 prozent effizienz so guten wird gehen wir mal rüber zu schnell spielen mit mir mit einer schnellreise so das war der dritte 44 gut gucken hier ist es wichtig ich will ja jetzt ein bisschen sparen ich will auf den doppel shop muss ich machen und ich habe so viele visionen sind auch nicht mehr bitte bitte und einsteigen dann rüber geht die reise vergas nicht mitgesucht Ich habe den Fahrgast nicht mitgenommen, ich habe ihn auch nicht mitgenommen. So, wie der Fahrgast der Tür blockiert. So, die Tür ist aber noch auf. So, nächstes Business Center, warte mal, äh, doch, die war richtig, genau, geradeaus rechts und einmal rum, ist ein bisschen nervig, dass man jedes Mal hier rum muss. Dann habe ich jetzt hier noch keine Fakisse stehen, weil das ist dann die nächste Altstelle hier, die war ja rechts überholt, wurde ja rechts vorbeigefahren sind. So, fahr mal, ran. Die nächste, die auf vier jetzt hoch ist. So, Tageskarte. Ich brauche eine Fahrkarte. Alles klar. Ich muss immer noch für meine große Prüfung morgen lernen. Wollen wir sie denn? Da, oder? Hier ist meine Fahrkarte. Nee, du bist es nicht gewesen. Was sind die? Ich habe mir eingeschlafen, aber das ist ja gerade gesagt. Ach, hier rechts ist der. Oder sie. Wie? Da glaube ich, das würde sie. Na, viel Verspätung haben wir noch nicht. Nichts. Deshalb habe ich personagem. Die, ich habe über die Rebbe jetzt gerade vorliegt für die Karre. Wie gesagt, Picuni ist glaube ich danach viel Bereiche, Teil. Und dann habe ich, dass keiner jetzt da steht. Dann wäre otros. passiert sind jetzt fast alle haltestellen 1 2 3 ja hier unten der ganze kram die sind alle noch nicht auf diese stufe auf stufe 3 auf die 2 die müssen wir alle noch hochbauen wahrscheinlich brauche ich noch mal eine route damit ich die unten mitnehmen kann das war mal ein bus kaufen das war mal unten alles bauen das ist nicht die das war die 2 jetzt hier rechts ab jetzt wird langsam ich glaube das sind jetzt alles die ganze 2 dass die auch nicht nach und nach jetzt mal müssen leider nicht doch halte ich ja kein ausgebotet level 3 pekunia mein boot am strand wurde in zwei hälften gesicht der schatten war groß aber ich konnte es mit panzer ok ja wir bauen danach noch mal noch mal einen neuen bus und fahren diese vier haltestellen die unten sind alles klar ist am einfachsten ich würde gesagt gewitter oder so aber das weiß kollege der nur mehr oder weniger gegrüßt ja wie gesagt bei allen park war es relativ easy weil da musst du die halte schon einfach ein paar waren fahren aber jetzt umso besser wir sind mehr so ausbauen können umso besser können wir noch eine gute bau wir müssen sowieso mindestens noch eine bau ich hätte da war mal sehr früher dass die noch mal raus müssen na komm wie gesagt eigentlich ist es verboten zunächst heute stelle ich hier vorne ach noch ein rollstuhlfahrer dabei hallo hallo warte ich will die stelle ausbauen und verdammt nicht vergessen die stelle ausbauen und wohin geht es jetzt 8,5 mittelgroße alligatoren groß städtendecke tagesgard drei stück sehr gut der fahrer der rollstuhlfahrer kümmern muss ich mich gleich ich wollte mal bis wo ich es wieder abgezogen bekomme da so wenn ich das vorher dieselbe kann ja so also senioren ticket einfache verkarte so gut ach die scheiß rampfen die habe ich jetzt in der eine bisschen vergessen aber das ist ja kein problem wir kriegen ja mal die toll hinweise den habe ich ein bisschen zu spät gesehen aber das liegt doch da vorne ist die ah das liegt doch da vorne ist die so sehr gut das hat schon wieder ausgebaut denn ist der zahltag leider kein leider keine missionsbändigung das ist 50 60 kann ich bitte eine fahrkarte haben ja danke so so gut dann kommen wir zu der volle seite ich glaube sie so gut warum angeblich sich außerpart warum ich außerdem ja danke schön dass sie auch mal aufgenommen zu telefonieren also er ist jetzt schon ja mache ich die scheiß rampe wird blockiert keine sorge ich fahre jetzt gleich die ich fahre nur stücke vor jetzt kann ich sie ausfahren gut voll nicht voll galley sondern erste runde erledigt das heißt das heißt wir werden uns jetzt noch mal eine rute stellen die pekunia sein soll nämlich diese vierhaltsstellung die soll ja nicht muss ja nicht doch da lang da lang nur street business center street 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 so so ich würde erstellen so gut dann ich komme ab zu einem bus zu dem bus depot da wir brauchen ja noch einen neuen bus schnellreise brauche ich jetzt hier wusste ich mit denen kann ich ja direkt wieder auf die route einbauen so ja weil ich habe und so mit fachnach haben sie kollege ja so eigentlich wollte ich noch das verzeugen aber guck mal was kristen der einzige doppelstock nur so interesse halber so ja jetzt 680.000 es fällt trotzdem immer noch zwei busse mindestens zwar also zwei auf jeden fall machen wir das ich denke wir uns gerade nicht leisten ich würde also den immer noch nicht haben dann hätte ich gerne mit gründen ich bin immer gerne genommen so na gut dann immer noch mal mercedes aber so schön finden die busse ich kaufe natürlich jetzt als ich billigste modell um halt auf der neuen route zu planen dann die großen die vier vier städte dinger da braucht die vier städte da brauchen wir ja nicht ja die die schon viele sind ne ne ich kaufe ich habe genug so die 47 planen wir einmal als vollzeit den citaro hier zack geschafft so achso warte mal fahren wir die ball hier ist die hier ne ist die hier ne ist die reise die ein das hier ein hier so hier 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 ihr hier hier so ist das nervig manchmal gute 47 ist das und wieder so wir haben jetzt acht mal den mercedes ja wenn man so mit die leute so ein bus habe ich vorher noch nie gesehen ich werde dir nur ein paar von hier rum stellen es war mir fast klar dass ich ein auto nach dem ich stellen muss mitdenken manchmal muss man einfach das alte hinter sich lassen wie war jetzt gerade warum auch immer der ja wie gesagt wir müssen jetzt noch ein bisschen weiter die nächsten haltestellen und mal weiter anfangen hier damit war der bei step die ausgebaut bekommen ich gucke gerne drone swarm und spiele gerne spring und spiele immer noch keine meldung für eine fahrkarte so hey so gut eine verkannte ausgedrückt bei der gibt es die werden wir noch fahren die rote dann nochmal ja kleinen break da muss er halt jetzt warten bis ich jetzt da bin also die war eigentlich gar nicht ob ich jetzt da bin also die war eigentlich gar nicht ob ich jetzt das ausgebaut habe nicht einfache fahrt es ist so viel einfacher mit dem bus zu fahren als auf einem roller im straßen genau so ist es ist auch gesünder na ja vor allem also bewegung ist klar das ist natürlich immer schnell da sind natürlich wieder haltestellen dabei die kannst du und die muss jetzt mal ausbauen immer wieder anfangen passen sie sind ja gut ich bin ganz aber noch nie mit ich gehe nie mehr zu fuß das war macht echt total spaß gut das war der verborgen bei der reise zwar nämlich kurz oder mal von der richtigen knopf der richtigen sagt jetzt rein ich gehe nie wieder zu der fahrer außer der stadt ich wurde von einer ganz gejagd die mich die ganze zeit 9 warum steckt ja die weg alle voraus ein perfekter morgen beginnt ich habe schon mal jemand nachgekauft wenn du sie doch brauche ich mehr als ein also ist es wahrscheinlich eine fiktive wenn klar so bist du nicht sehen ich will etwa 5 angeben du willst du willst du stehst du blöd an der gegend rum also weiter geht die reise gut hinter mir warten auch noch ein paar kollegen da muss ich da wie blöd an der gegend rumstehen chef ist das kalt heute abend ist es ist der bus die aussicht von meinem balkon ich brauche eine kasse juren ticket wochenkarte und ich stecke müssen wir sowieso noch ein paar mal fallen aber ja das ist eigentlich nur die diese vier halte stellen die wir aufwärten müssen auf schufe vier johann haben wir ja ich bin diese stadt so letzte halte stelle ist die clay street kann man es nicht nur für diese rote geschaffen sondern auch für diese folge und dann geht in der nächsten folge wieder weiter ein stück kann ausgeworfen auf zwei erst ach das ist jede andere stadt da ja es sind hier unten die drei gut in der nächsten folge geht es dann weiter mit noch mal dieser rote bis dahin und tschüss bei den bus und wird 21 bis dahin bis dahin bis dahin